Achtung! No Gunshots, but they getting Flow, 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 Flow Buh! Kein gutes Beispiel für eine sanfte Landung. Trotzdem ein aufregender Trick. Das Woll Kopf ist die Stixi Villa. Die letzte Ruhestätte der gefürchteten Titane. Nanapur, die verrückte Schachtel, die hier lebt, halte ich für die prophezeite Befreierin von diesen teuflisch bösen Bewohnern. Das heißt, sie wird sie frei lassen. Du musst da raufgehen und sie aufhalten. Ich? Tja, ich muss Eier kochen. Aber keine Sorge, ich bin gleich hinter dir. Also nicht gleich hinter dir. Du brauchst ja auch ein bisschen Platz, nicht wahr? Also fast gleich hinter dir. Nur Mut. Ich bin gleich hinter dir. Ich bin gleich hinter dir. Das war's für heute. 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 Sorry, Das war's für heute. 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 Das war's für heute.